So und willkommen zurück. Wir sind immer noch in dieser misslichen Lage. Yannick ist auch immer noch da. Oh yeah. Und hier sind 19 Gegner habe ich jetzt. Du auch? Ja, ja. Oh, ich kann mich direkt wieder rausbollen. Dann können wir direkt zu den Ärzten hin. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen verblüfft von dem ganzen Sand, von dieser Sandbiom. Ja, ich kann mich auch echt nicht daran erinnern, dass wir das, dass wir schon mal in so einer großen Höhle tun waren. Ich auch nicht. Ich kenne das hier. Ich kenne nichtmals den Gegner da. Ist ja irgendwie eigenartig. Und hier drunter ist noch ein Gen. Da ist ein Erz hoch. Ich will aber noch irgendwas finden. Ja, irgendwas älteres. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hau hier oben, damit hätte ich dich bestimmt. Ja, ja, mit Sicherheit. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr so nach vorne zu brechen, ne. Wegen der Einfalle? Ja. Die lauern überall, ich sag's dir. Die warten nur auf mich. Um wieder mit Steinen zu schmeißen, ne. Alter. Was war ein dicker Wurm? Was war das denn? Mach's tot. Dicker Wurm, der Schaden macht. Mach's tot. Das war ein bisschen knapp. Hast du Heiltrinken mit? Ja, aber nur die Billo-Dinger. Was hab ich denn eigentlich? Hier fliegt euch auch. Hier ist ein Vieh. Hier haben wir noch keine Recall-Portion gefunden, ne? Hm, nein. Hm. Nein, schnau mich aus! Weißt du, was wir machen könnten? Was denn? Ähm, du nimmst deinen Spiegel, dann nimmst du eine Wurm-Hall-Portion und eine Recall-Portion mit und holst mich ab. Aber ist doch noch alles fresh hier unten. Alter, ich hab 20 Leben. Ja, nimm drin. Kann ich noch nicht. Und wenn dir gleich wieder so einen Wurm antanzt, ne, dann bin ich instant tot. Ach, Quatsch. Jetzt weinen hier nicht. Siehst du? Hat man früher nicht mal irgendwie schneller Leben regeneriert oder so? Äh, hab ich eigentlich? Ich hab ein Wiederbelebungsband. Schachal-Trank. Käfer. Ärzins. Ne. Ich baue das erst mal hier ab. Aber das ist ja viel zu ertragreich, um jetzt schon zu gehen. Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht hätten wir uns ein bisschen besser, äh, ausrüsten. Ja. Ja. Aber wir können jetzt auch... Wir können auch mit sowas rechnen. Ach, scheiße. Da kommt ein Wurm. Gut. Äh. Das ist einfach ausweichen. Bin ausgewichen, hast du gesehen? Mhm. Jawoll. Er hält aber nicht viel aus. Naja, aber der macht relativ gut Schaden. Schauen wir uns. Na, wenn wir hier ein bisschen noch sammeln, dann haben wir auch mal ein bisschen mehr Zeug, um eine Rüstung zu bauen. Ja. Und wenn so... Ich hab... Ich hab... Was hab ich eigentlich an? Na, ich hab so einen Mischmasch an. Ich hab überhaupt keinen Setboni oder irgendwas. Ich hab Holz an. Stark. Komplett? Ja. Ich glaub, das Vieh kommt nicht durch den Zweierspalt. Komm her. Wie ist der, mehr? Wie ist der, dafür bräuchte ich was zu schließen? Du kannst dir ja einen Zauberstab machen. Kann man den craften einfach? Ja. Was denn? Da ist der... Da ist der Anfangs-Zauberstab. Musst du mal gucken. Ja, ich hab eh noch keinen Mana. Also nur 20. Entschuldigung, man hat ja jetzt Mana. Ich mit meinem super riesenlangen Schwert hier. Was sind denn eigentlich diese ganzen Gegner, die hier angekündigt werden? Du meinst, die 18 Stück? Ja. Da ist jetzt da unten. Da unten sind sie. Hm. Vor den Dingern hab ich Angst. Hm. Gehen wir erstmal außen rum. Okay. da ist so ein wurm also so ein hau den ameisenlöwe dass ich die gleiche nein der läuft nicht raus ja aber der spuckt doch gleich ja und dann gib ihm einfach jetzt punch den endlich weg den hässlichen da war jetzt eine richtige gefahr für mich hier sind doch überall diese mikrohöhlen und so dazwischen da ist eine tür meine tour wirklich das ist eine normale goldene also nichts besonderes ja vielleicht sind hier coole sachen drin ein holzschwert ein sandschwert oder so jetzt nicht zu schnell da rein auch geil eine herzstatue die herzstatue müssen wir auf jeden fall mitnehmen oder was ist das denn hier geilen verzauberter rummacher du wolltest doch hier irgendwas zum schießen haben oder nicht und zwei recall portion alles klar dann haben wir das schon mal geklärt war doch gar nicht so scheiße das hier kenne ich doch zack drei gold was so was noch nicht dachte wir noch mal was dazu kommt noch mal drei gold aber es war noch von einem alten also die herzstatue brauchen wir sind ist auf jeden fall sehr geil wenn man da im schalter vermittelt dann kommen wir herzen raus zum heilen das kannst du ja praktisch sein also die auf jeden fall behalten wegschmeißen sagst du ja gut hör mir doch zu als sie instant wegschmeißen jetzt auch nicht weiter weiß ich nicht aber hier ist noch geld ist noch kupfer ich will langsam auch mal einen harten haben ich habe verstanden ich werde auch mal einen harten haben das fand ich mal das fand ich lustig ich hatte mir einfach nur was ist mir auch meine harten haben ziemlich trauriger wunsch du kannst jetzt nicht mehr abbauen oder was das ist mir echt zu belustigen ja weißt du doch irgendwie ist aber folgt uns so ein ding ja ja verarschen wir ihn und gehen hier wieder zurück du hast den ganzen weiten weg auf sich genommen und kriegt uns trotzdem nicht ach da ist ja schon der eingang ja mach das hier mal frei nicht ganz ah ich komme nicht zurück meine stirn hängt fest okay dann gespringt nimm doch deinen bummerang ach ja ich habe deinen bummerang deinen bummerang jetzt meinen Boden werfen das ist nicht wer da so richtig angejumpt kommt oh oh fieb ihn jawoll ich glaube der ist tot bummerang hat ihn zerschnesselt jetzt kommt er wieder anlauf du bist ja hier der richtige bummerang ich kann den nicht in der kurve werfen ich treffe ihn gleich ja ich glaube auch hat sich so ein bisschen was angesammelt da unten mhm erstmal das kupfer abbauen genau da oben ist noch was anderes oh toll die große ausbeute das ist immer noch wegen dem harten lachen also hier ist auf jeden Fall noch genug wo man hingehen kann ja wir müssen da unten aber mal so ein bisschen unser Insektenproblem lösen alter wir können auf jeden Fall noch deutlich weiter nach unten oder nach rechts starkes Ding sei ruhig vielleicht kann man hier noch weiter da kommen die Idioten auch nicht hin da ist aber ein neuer hier zeigt dein dein Skill oh das sind sind das zwei ne ich dachte schon wie viele Gegner hier sind das ist richtig aufgefahren da kommt er naja nicht so ganz oh da kommt er da ist halt wieder große Wurm den kann man auch öfters treffen boah da muss man sich voll konzentrieren ey ja ich hab keinen Bock jetzt abzukratzen ich hab auch ein bisschen Angst man hat so ein paar Sachen jetzt gesammelt ja aber so viel Ärzte ist es halt immer ne immer noch nicht da spuckt mich einer von unten an ich guck mal ob ich hier runtergehe alter alter ey wie man so heftig laut lachen kann ne hört man das so krass also ich hör das dann muss man es ja bei mir auch hören oder nicht ich denke ich guck mal wie laut es ist warte ich muss es mir aufschreiben scheiße wie komm ich denn jetzt in den dran um den zu killen sonst schneide ich das nämlich raus einfach und er setzt das dann durch Stille durch einen hässlichen Pfeifton einfach genau alter ist gar nicht weit genug und was machen wir mit den beiden Kumpels hier unter uns weiß ich nicht töten am besten ach ich dachte du hast ihn ich dachte du hast ihn abgelehnt was ist mit dem los da unten ich geb ihn richtig ich glaube auch hier schon mal ein Stück weiter ich hab nur noch eine Fackel dann brauch die noch neue geht nicht ich hab kein Holz ich hab noch Holz von oben diesmal die Sau hier einfach nicht verfolgt der Sack ja komm wo ist er hin komm doch komm doch wie er echt nur hinter dir her war naja sind die immer komm her Kiefer wir haben da noch was zu tun ich komm mal zu dir wo bist du denn noch da ist das ein paar Probleme gar nicht ist hier irgendwas tolles ne ist hier nicht ich wär doch schon wieder ein Wurm hm ich glaub diesmal geht er auf dich hey geh weg von mir lass uns hier nach links ich glaub hier sind große Beute ja ich komm sofort hier ist noch ein bisschen Kupfer das nehm ich noch mit wir passen dadurch durch wohl weil Kupfer echt am wenigsten brauchen ne egal aua ey ist da irgendwas kaputt aua dieser au du kriegst ja ein bisschen hart was machen dieser Ameisenbär ich komm hier ganz alleine zurecht brauchte ich nicht hier ist noch Kupfer mit ihren so ne Säule oh ne geile Säule das Erz kann man wohl auch mitnehmen da oben ja ich hab Fackeln gekriegt da muss ich nach zwei Stück stark zwei Fackeln mhm oh oh ich glaub die passen nicht durch den Gang da durch die scheiß Kiefer ne die spawnen hier aber auch eklig heftig nah wie die hier immer rum angeschossen kommen ne mhm ach schon wieder auf mich der Penner die springen die ganze Zeit in ihn rein bam 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 schrabb so war irgendwas tolles nie ne 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 hättest du ein Ameisenlöwenkiefer bekommen es geht hier unendlich weiter ich lass dir komm hier nie wieder raus na riesenhöhle mhm wir haben bestimmt einmal getroffen na also man kann jetzt auch weiter runter glaub ich na lass uns einfach mal weiter runter leider ist dieses Video schon zu Ende doch hier sind noch ein paar andere Videos die dich interessieren könnten und falls du Lust hast kannst du mich natürlich auch abonnieren bis zum nächsten Mal tschüss